hallo ihr lieben hier ist die simone und ich habe hier gleich einen special guest mit mir den christophers youth und wir werden ein geniales gespräch haben ist dir dein ego im weg so wow so über ego gibt es ja so viel zu sagen und so viel ansichten und was hier richtig und falsch ist und ich hoffe er sieht es jetzt hier gleich yes hello christopher hello simon how are you awesome so i'm excited about our conversation actually so like first of all who are you and uh yeah just tell us a bit about you who am i who am i today well der bin ich und wer bin ich heute my name is christopher hughes my name is christopher hughes and i have lots of different things that i do but i am the leader and the director of right voice for you the specialty program with access consciousness i have to translate i have no brain so ich mache ganz ganz verschiedene sachen und eine der also wirklich viele geniale sachen und eines der dinge die ich bin einfach dieser kreative direktor und noch irgendwas und leiter von dem right voice for you see you got it all i'm not sure you really got it all but the main things i would say exactly so we're here to have a conversation about ego so wir treffen uns heute hier um ein gespräch dazu haben über das ego we were talking about the class that we have coming up in oberstaufen in bavaria it's in bavaria so wir uns einfach darüber unterhalten über den kurs den wir jetzt demnächst im allgäu haben in oberstaufen and we were talking about the things that stop people from being willing to stand out and be noticed so wir haben uns einfach darüber unterhalten was hält leute davon auf aus der menge heraus zu stechen und wirklich auch gesehen zu werden und bemerkt zu werden mit leuten and the thing is for most people is its ego und für die meisten leute ist es tatsächlich das ego the reason most people have for not standing out in the world and being seen is they either think they're going to get something wrong or they're trying to get it right so im dem hauptgrund was die leute davon abhält wirklich gesehen zu werden und bemerkt zu werden ist bemerkt zu werden ist weil sie glauben sie sind eben wieder the main thing you know you have to make shorter sentences for me dass sie richtig sind oder falsch sind it's like whoa well basically people are either trying to get it right or make sure they don't get it wrong ok leute möchten sicherstellen dass jetzt entweder richtig kriegen richtig hinkriegen oder sicherstellen dass sie es auf keinen fall falsch machen what you're doing right now simone was du jetzt gerade eben machst simone das ist gerade wirklich schrecklich it's terrifying for most people it's erschreckend für die meisten leute why because they're so worried that they're going to make a mistake weil die leute haben so viel angst dass sie einen fehler machen werden i make always make mistakes and jokes about myself ich mache immer fehler und witzige mich selber ja ja and what if the mistakes that you could make so was sind die fehler die du machen kannst tatsächlich are the most charming things about you die die charmantesten dinge sind an dir wow ja so in germany do people worry a little bit about getting things right so in deutschland machen sich die leute da ein bisschen sorgen die dinge richtig zu machen i don't think so das glaube ich nicht kann man nicht vorstellen ja you know this is what we talk about yeah go ahead so i can recall like my first time in access so ich kann mich noch gut daran erinnern meine erste zeit in access if they like in access you get invited to choose for you you know like da wirst du eingeladen wirklich das zu wählen was für dich funktioniert and i get such a conflict like but then it means i mean i'm just feeling my ego and it's a bad thing to be to have an ego und dann war das so dieses oh das heißt aber dass du dann egoistisch bist und nur so dein ego darstellst und das ist nicht gut it was real a huge conflict for myself to choose actually for me because of the definition of ego so für mich war das eine große herausforderung für mich zu wählen ohne als egoistisch bezeichnet zu werden can you say something about this kannst du da was dazu sagen yeah when you're truly choosing consciousness so wenn du wahrhaftig bewusstsein wählst it's not about whether you're choosing for you or against anybody else it's not about whether you're choosing for you or against anybody else it's always about what will create greater for all it's always about what will create greater for all and i don't mean from a socialist point of view and i don't mean from a socialist point of view and that's a different socialist and social von einem sozialen gesichtspunkt you always look at what will create the greatest future du schaust immer danach was wird eine großartige zukunft kreieren and that is beyond ego und das geht über das ego hinaus how many times in your life and this isn't just a question for you so wie oft in deinem leben have you not said something that would have created a difference so wie oft hast du in deinem leben etwas nicht gesagt das hättest du es gesagt hätte hätte einen unterschied kreiert so let me give you an example so lass uns da lass mir dir ein Beispiel geben two of my very good friends right now are planning a party zwei von meinen sehr guten Freunden planen eine Party and it's not going very well und es funktioniert grad nicht so gut i have one person in one ear ich hab eine Person in einem Uhr and she is complaining about the other friend und sie beschwert sich über den anderen Freund because the other friend only wants to get everything right and only has to have things her way Und die eine Freundin möchte alles immer richtig haben und alles so auf ihre Art und Weise machen. Und der Freund, der mir ins andere Ohr springt, sagt genau dasselbe über den anderen. Und ich glaube, das ist wirklich lächerlich. Aber die eine Sache, die ich gesagt habe, die wirklich eine Veränderung und Frieden kreiert hat, ich habe einfach zum ersten Freund gesagt, warum sagst du nicht der anderen Person, was gerade für dich los ist, was abgeht in deiner Welt? Und sie sagte, das kann ich nicht. Und ich habe gesagt, ja, ich weiß. Weil für dich diese Art von Gespräch zu haben ist erschreckend für dich. Und ich habe gesagt, aber diese andere Person scares a lot of people. Und diese andere Person, die erschreckt einen Haufen Leute, are scary. Like, what's that? How can you say it? Die ist einfach so potent, die erschreckt, also die, oh, it's not a really... She's intimidating. There's not a good German word for that, I would say. For intimidating? Yeah. Ingrid, do you have a good word for that in German? That's funny. Or it's not in my mind. Funny. Anyway, she's scared. A lot of people are scared of this one person. So, viele Leute haben einfach von der Person Angst, weil sie so ein Powerhouse ist, I would say. Yeah, Powerhouse. Exactly. I get the energy, but not a German word. Yeah. So, I said, look, no one is willing to speak up to her. Schau, keiner ist gewillt, mit ihr zu sprechen oder da so ein Gespräch zu haben. If you were willing to speak up to this person, so, wenn du bereit wärst, mit dieser Person zu sprechen und aufzustehen und da was zu sagen, was du zu sagen hast, what would it create for you? Was würde es für dich kreieren? What would it create for her? Was würde es für sie kreieren? And what would it create for everybody else? Und was würde es für jeden anderen kreieren? And now I have the word for intimidating, it's einschüchtern. Okay, cool. Thank you, Jasmin. Einschüchtern. Einschüchtern. Yes. This woman is very einschüchtern. Yes. Diese Frau ist sehr einschüchternd. Oder der Mann, was auch immer. So, there's all of this stuff going on for these people because they're not willing to just say what's true. So, da geht all dieses Zeug für die Leute los, weil sie nicht bereit sind zu sagen, was war es für sie. And it's funny because with right voice for you, people think it's about singing. And it's so so lustig bei diesem right voice for you, weil Leute glauben, da geht's um singen. Doesn't it? But actually it's about developing the willingness Aber tatsächlich geht's darum zu entdecken, diese Bereitschaft diese Bereitschaft, diese unkomfortablen Gespräche zu haben. Wow, I love that. So, what conversation are you avoiding? So, welches Gespräch vermeidest du? That if you would choose it, das würdest du das wählen, would create more for you and everyone else. Würde mehr für dich und jeden anderen kreieren, also wirklich mehr für jeden kreieren. Wow. Everything that is times a godzillion destroy and uncreated. Yes. Right and wrong, good and bad, pot and pock, all nine shorts, boys and beyonds. If you don't know what the access clearing statement is, go to theclearingstatement.com Great explanation. Wenn du jetzt nicht weißt, was dieses Clearing Statement ist, geh zu accessconsciousness clearingstatement.com da wird's super erklärt. Ja. So, what we do with Right Voice for you so, was wir mit Right Voice for you machen ist, is get you over your point of view of trying to get things right. So, wir werden dich über diese Ansicht hinwegbringen, Dinge richtig machen zu müssen. That's a big target for Germany. Das ist ein großes Ziel in Deutschland. I mean And just perceive on the other side of that how much freedom there is. Und nehmen auch einfach wahr auf der anderen Seite von all dem, wie viel Frieden da auch ist. Totally. So, there was a lady that came to an access class in Rome. So, da gab es eine Lady, die ist zum Access-Kurs in Rom gekommen. And she asked a question of Gary Douglas. Und sie hat dem Gary Douglas eine Frage gestellt. She said everything you do is irresistible. I will cross oceans to be there. How do you do that? And he said easy. have no point of view about whether anybody shows up. As soon as you get over your point of view, so, je schneller du über deine Ansicht hinweg kommst, you become irresistible. wirst du unwiderstehlich. Because there is no more resistance in your world. Every time you have to be right, so, jedes Mal, wenn du richtig sein musst, you create resistance. kreierst du einen Widerstand. You create a reason and justification for people to reject you. Da kreierst du Grund und Rechtfertigung für Menschen, dich zu reject, abzulehnen. So, actually, standing up and having your voice in the world, so, tatsächlich herauszustehen und deine Stimme in der Welt zu haben, and being noticed und bemerkt zu werden has nothing to do with ego. Hat gar nichts mit Ego zu tun. Say what? Was? It has everything to do with being willing to be wrong. Es hat alles damit zu tun, bereit zu sein, falsch zu sein. That sounds like a lot of fun. Das klingt nach viel Spaß. Yeah. So, Deutschland, how different could Germany be if you were all willing to be wrong? That makes me laughing so much. So, wie anders könnte Deutschland sein, wenn wir alle bereit wären, falsch zu sein? Yeah. Wow. Exactly. It's not just Germany. We have also people watching from Austria, from Switzerland. I mean, it's just a typical German. Oh, wow. There's nothing. No, no, there's things going on in Austria or Switzerland. It's just Germany, I guess. So, das passiert nur in Deutschland. In Österreich und Schweiz gibt es das nicht. Ja, so. I hate to say it, but the Austrians are more right than the Germans. I'm going to get some angry e-mails. Oh, I'm going to get some angry e-mails. Okay, we don't give your e-mails so that's easy. So, we have einfach your e-mail and you can't get some angry e-mails. I'm willing to receive it. Oh, das ist okay. Ich bin bereit, das zu empfangen. And I'm willing to be wrong. Und ich bin bereit, auch falsch zu sein. Ja, that's such a freedom. Das ist so in seiner Freiheit, wenn man falsch sein kann. And it's also so funny, like there are areas where it's easy to be wrong and there are other areas it's not so easy to be wrong. In my world at least. Und es ist so lustig, in manchen Bereichen ist es so leicht, falsch zu sein und dann gibt es andere Bereiche, da ist es gar nicht leichter, falsch zu sein. Zumindest in meiner Welt. Well, the trouble is, the trouble is, when you think you're right, so die Schwierigkeit ist, wenn du denkst, du bist richtig, you usually don't let yourself see it. Dann ist es meistens so, dass du dir das selber nicht erlaubst, dasselbe zu sehen. Because you're right. So of course, that's just how it is. Weil du bist hier richtig. Das ist einfach so, wie es ist. Exactly. Genau. Yes. So you have to actually challenge all the places you're not willing to look. So du musst tatsächlich diese Herausforderung annehmen, auch an all diese Orte zu gehen, wo du sonst nicht bereit bist, hinzuschauen. Fuck. In order to have a different possibility. So um da wirklich eine andere Möglichkeit zu haben. Most people think they're right about how wrong they are. Die meisten Menschen sind darin so richtig in der Ansicht, wie falsch sie sind. They think they're right that they have a money problem. They think they're right that their body isn't good enough. Die denken, sie sind richtig, wenn ihr Körper nicht gut genug ist. And actually being willing to let go of that point of view actually takes you to a place where you have no more definition of who you are. Bringt dich tatsächlich zu diesem Ort, wo du keine Definition mehr darüber hast, wer du bist. so viel unseres Lebens ist diktiert von den Definitionen, die wir haben. Wenn du keine Definition über dich hättest, würde dann ein Ego zu haben relevant sein? That would just fall into the nothing. So das würde einfach ins nichts fallen. So like, yeah, no, yeah, wow. That's a huge thing, like no definitions. Das ist ein großes Ding mit denen keine Definitionen. Ja. Absolutely none. And that's the thing. All of the definitions are based on where you think you're right. So all diese Definitionen sind darauf basierend, wo du denkst, wo du richtig bist. And everything you think is right, you will not change. Und alles, was du denkst, was richtig ist, wirst du nicht verändern. Meme. So what if nothing was right about you? So was, wenn nichts an dir richtig wäre? And nothing was wrong about you. Und auch nichts falsch an dir wäre. Then who could you be? Dann, wer könntest du sein? See, the purpose of right voice for you so the purpose so was right voice for you eröffnen möchte ist is not to make you a better speaker or teach you how to have charisma. Möchte dir nicht zeigen, wie du ein besserer Sprecher werden kannst oder wie du Charisma haben kannst. The purpose is to get you to take off your mask. Also der Sinn darin ist einfach, dich dahin zu bringen, deine Masken fallen zu lassen. No matter who's watching. Egal, wer zuschaut. Oh, I love that. I was the master of the mask, I would say. So, ich lieb das. Ich würde sagen, ich war früher der Meister der Masken, ja. Yeah. And if you had no mask and you were just being you and you were just being you without a point of view that is truly irresistible. Das ist wahrhaftig unwiderstehlich. Because no one can find a judgment in your world to clash with and fight with. Um da dagegen zu rennen und damit zu kämpfen. Wow, I love that. Me too. You know, these classes have gone from being about performing. Diese Kurse haben sich verändert. Früher war das eher so ein bisschen Performance zu vorspielen. To instead being about receiving vulnerability and allowance. Und jetzt ist es vielmehr das zu empfangen, diese Verletzlichkeit und diese Erlaubnis zu sein und zu empfangen. like I can as we're having this conversation so als wir dieses Gespräch jetzt haben oder werden wir das haben I can perceive people making themselves wrong kann ich wahrnehmen wie Menschen sich jetzt gerade falsch machen about needing to be right weil sie richtig sein müssen. What if the willingness to be right was Germany's greatest gift? So was wenn die Bereitschaft richtig zu sein Deutschlands größtes Geschenk wäre? What do you mean by that? Was meinst du damit? Well is a BMW better than a Ford? So ist ein BMW besser als ein Ford? It is. Ja, es ist es. It's a better car. Es ist ein besseres Auto. You can state that without a judgment. Du kannst es einfach so hinstellen ohne eine Bewertung. Does your body like being in a BMW? Mag dein Körper in einem BMW zu sein? Better than a Skoda? Besser als in einem Skoda? Yeah. Most of the time. Die meiste Zeit schon. Germany has created incredible art. Architecture. Also Deutschland hat unglaublich schöne Kunst kreiert und Architektur kreiert. All kinds of things. Alle möglichen Dinge. As a country they have so much to be proud of. So als ein Land gibt es da so viel worauf wir stolz sein können. And just imagine how formidable they would be. formidable is a bit like dangerous but almost like a threat but in a good way. Like if you have an opponent who is very capable. Okay. Can you repeat? I'm sorry. Imagine how formidable so stell dir einfach vor wie somewhere I had the word for that like Okay. I'll change it. Imagine what a juggernaut. That's fine. What about juggernaut? If I say juggernaut That's not a word I've never heard before. Like what? So er verwendet gerade Leute die ich nie zuvor gehört habe. Ich weiß nicht ob das jetzt für mich ist oder für alle. Well we need to get it right. Aber hallo wir müssen das richtig machen hier. Gewaltig. Okay cool. Okay. Imagine how unstoppable so stell dir einfach vor wie unstoppbar du wärst Germany would be Deutschland wäre if they could acknowledge their greatness wenn sie anerkennen könnten diese Großartigkeit die sie sind without making themselves right or wrong ohne sich selber richtig oder falsch zu machen dafür. There's this beautiful organization in in Uganda in Afrika Es gibt diese unglaublich tolle Organisation in Uganda And it's teaching young girls how to stand up and have their voice Und es unterrichtet jungen Mädchen wie sie aufstehen und ihre Stimme haben Und wir haben den Mädels einfach ein paar Right Voice for You Übungen gegeben Und sie lieben das So deren Lieblingstool ist dieses Anerkennen von sich selber So was ist die Übung So was ist die Übung So schaue dich einfach selber an Und erkenne fünf Dinge über dich selber an Die an dir großartig sind Nicht was du tust But just five things about you that are great Sondern einfach fünf Dinge über dich die großartig sind Most people think if they acknowledge those things That's ego Wenn sie diese fünf Dinge anerkennen dass das dann Ego ist It is isn't it It is if it's a judgment Ja es ist es dann wenn es eine Bewertung ist So what's the difference I guess not everybody knows what is the difference about judgment and awareness So was ist hier der Unterschied zwischen einer Bewertung und einem Gewahrsein So Bewertung ist immer wenn du irgendwas richtig oder falsch machst Acknowledgement is when you just look at something for what it is So let's go back to the example of the cars So lass uns einfach zu dem Beispiel von den Autos zurückgehen A BMW versus a Ford So ein BMW verglichen mit einem Ford A BMW is a better car Ein BMW ist ein besseres Auto The engine is more complex So der Motor ist komplexer It's more comfortable Is komfortabler It runs better Es läuft besser That is just what is Das ist einfach das was ist But if you make it right Aber wenn du es richtig machst It stops being an acknowledgement and becomes a judgment dann hört es auf eine Anerkennung zu sein dann wird es eine Bewertung See what I mean? Ja Thank you Wow And that doesn't mean you make the Ford wrong Und das heißt nicht dass du den Ford falsch machst It is what it is Es ist was es ist You mean it's just the difference you know Es ist einfach ein anderes Auto Andere Dinge Ja Just as you are a woman and I am a man Das ist einfach Du bist eine Frau und ich bin ein Mann Das ist einfach das was ist But if I was to make myself right for being a man Aber wenn ich mich jetzt richtig machen würde weil ich bin ein Mann Dann there's ego Dann kommt das Ego ins Spiel See what I mean? Sie ist Ich liebe dieses Gespräch Aber sollen wir das einfach jetzt an dieser Stelle hier lassen und die Leute einladen zu mehr Gesprächen wenn wir in Oberstaufen sind I think that's a good idea Let's invite them to more So when are you coming to Germany Chris So wann kommst du nach Deutschland? Next month Next Monat schon Wow I'm coming on the 16th of June So ich komme am 16. Juni To do an introduction on the creation of wealth Um einen Einführungsabend zu haben in der introduction also um die Einführung zum Reichtum Ein Kurs Ein Abendkurs And then we do a three day class Und dann machen wir einen drei Tageskurs On the 17th 18th and 19th 17. 18. 19. Juni On Right Voice for You Und da gibt's ein Right Voice for You Kurs And I have to say like this is really a special opportunity to get Chris I mean Chris is living in Australia and he's coming to Germany all the way like it's really such an honor to have you in Germany Und ich muss sagen an dieser Stelle Chris kommt aus Australien Es ist wirklich eine große Ehre dass er nach Deutschland kommt und ihr diese Chance habt ihn hier persönlich kennenzulernen und zu erleben Ja Well thank you I'm so excited about coming So und danke dir sehr ich bin so aufgeregt über nach Deutschland zu kommen Since I was a little boy I was attracted so much to Germany So seit ich ein kleiner Junge war war ich schon so an Deutschland interessiert und angezogen von Deutschland Why? I can't even explain a why Cool Ich kann auch nicht mal einen Grund nennen That's interesting The sound of the language and everything about it I just go Germany Wow So den den Sound der Sprache und alles über Deutschland ist einfach so Wow Es ist einfach es gibt so ein Staunen in seiner Welt And I in University I loved studying Lieder Ah Und in der Universität hat er es geliebt Lieder You mean Songs hat er es geliebt Songs zu studieren also Lieder zu studieren Yeah Schubert und Schumann were my absolute favorites Schubert und Schumann waren seine absoluten Favoriten Yes So Maybe we'll sing a little when we're there We'll definitely sing in the class So vielleicht sing ein bisschen wenn wir da sind Wir werden definitiv im Kurs singen Yeah We sing and we speak and we write and we do drawing So wir singen und wir schreiben und wir machen Zeichnungen Because these are the things that you don't think you can do well Weil das sind die Dinge wo du glaubst dass du die nicht gut kannst How do you know? Wie weißt du das? I know Ich weiß es einfach Got me Ja Erwischt Ich kann dir garantieren In einer dieser Bereiche haben die Leute die Sicherheit dass sie nicht gut sind Ja So Für die Mutigen und für die Verrückten Komm und sein mit dabei Und Leute können live in Bavaria oder sie können online kommen Ist das korrekt? Ich bin nicht 100% sicher ob wir es online von Bavaria It's possible But my memory is Is Es gut dass mein Translator brain No your translation is much better So Ich habe jetzt gefragt ob es den Kurs auch online gibt und der Chris ist nicht ganz sicher aber sein Gehirn ist so gut wie mein Übersetzungsgehirn wobei er meint mein Übersetzungsgehirn ist besser als das was er jetzt gerade sagen kann I should mention for anybody going to the Being You Facilitator Class in Stockholm So ich sollte noch erwähnen für jeden der zum Being You Facilitator Training nach Stockholm geht Wir haben unseren Kurs einen Tag nach hinten verschoben dass du tatsächlich bei beiden Kursen dabei sein kannst Wow das ist so cool Thank you so much für das Das ist so super Danke dafür And like would the Right Voice For You Class assist to Facilitation as well you mean? So würde ein Right Voice For You Kurs auch beim Facilitieren ein Beitrag sein meinst du? Die Antwort ist ja It will assist anybody who wants to be seen and heard in the world and create something and share it with others So das wird jedem ein Beitrag sehen der etwas kreiert und gesehen werden möchte und I lost Anyone who wants to create something and share it with others Für jeden der etwas kreieren möchte und das mit anderen teilen möchte Wow Thank you so much Christopher You're amazing Thank you Thank you and thank you for translating I'm just I think it's amazing that you can do this kind of thing So ich bin so dankbar und ich denke das ist genial dass du solche Dinge tun kannst wie übersetzen So thank you so much what a great conversation and I guess it's worth to listen more often to this and if you know someone that could be interested in that kind of class or possibility just share the video share the whatever we would love to have your contribution on that that more people can know about the amazing tools So und wenn du das Video siehst und dir denkst wow das klingt spannend vielleicht nicht für mich aber ich kenne Leute für die das spannend ist wir werden sehr dankbar wenn du das Video weiter teilst die Informationen weitergibst das ist wirklich ein Kurs für jeden und wir sind dankbar für euren Beitrag an dieser Stelle Thank you so much Thanks everybody for watching Bye Thanks